Ich lege mal rechts unten alles rein, was ich mitgebracht habe, ohne Wenn und Aber. Einfach nur, dass es da ist. Sprich, ich verbreite Chaos. Das kann ich recht gut. Da wäre eigentlich eine Kiste aufgestellt, für provisorisch jetzt etwas auslagern. Wo, wo? Da, da, da. Wie gesagt, wir stellen da eine Kiste her. Ah, da! Da ist da, okay. Ah ja, da ist da. Ups, ich nehme schon raus. Da ist da und dort ist dort. Weil wir tun ja da herunten kommen ja nur die Dings rein, die ganzen... Alles, was man halt bei der Werkstätte braucht, ne? Essen und so kommt dann ins nächste Stock weg. So, und dann stellen wir da auch noch welche auf. So. Und wir sehen jetzt ungefähr, wie es so ausschauen wird. Weil... Jetzt machen wir sie am Weg und schauen einmal, was es in dem Rathaus da drüben gibt. Mhm. Ah, ich lege meinen Schlafsack auch noch in die Kiste. Ich werde ein bisschen mal was essen und trinken. So, sollten alle... ...freigeschaltet sein. Gut. So, ich werde da einiges reinschmissen. Ich geh schon raus. Ach ja. Süße. So, hast du den Poncho an? Nein, eben nicht. Den habe ich drüben vergessen. Ah, ich will den nämlich anziehen. Dass ein bisschen gekühlt ist, das Ganze. Genau. Ich werde den Baseballhelm aufsetzen und die Jacke werde ich auch da lassen. Wir haben ja nicht vor, unbedingt... Die Fire XP halte ich. Das Messer werde ich da wohl lassen, das Knochenmesser. Ja. Weil wenn die Machete eh zum Zerlegen geht... Genau. Das kann ich auch machen. Das Knochenmesser weg. Aber das schmeiße ich überhaupt raus. Das behaupte ich. So, ich bin ja mal am Weg. Ja, ja. Genau. So. Aber la, wie... Wo ist der Weg? Ich bin ja etwas der Sonne orientiert. Ich glaube, ich werde da schon wieder wohl crashern. Geh jetzt schauen. Ich bin knapp unter dir. Ja, ja. Da unten ist einer. Oh, du Kacke. Oh, die lebt noch. Die lebt noch. So, aber jetzt. Hüpft da eh nichts zu dir rauf? Nein. Okay. Kannst aber kommen und... Ist sie erledigt? Ja, ja. Kreischerin ist erledigt. Komischerweise... Sind da trotzdem... Ein paar Zombies. Okay. Zugbrücke ist oben. Oh, fett. Mama. Lecker. Was? Was? Was ist das? Hinter mir. Oh, da ist noch einer. Die erste 6. Okay. So, die ist auch. Und da... hüpft noch einer rum. Die ist auch erledigt. So. Das war's. Was? Mich schreckt sie... Oh. Eine Stahl... Schaufel. Ist doch nett. Ja, kriegt man ihn gerne aus den... Dicken. Nee. Aus den... Mamas raus, ja. So. Wir haben hier noch ein paar Leichen. Ah, cool. Gelbe Pistole inklusive Munition. Ja. Hat dir anscheinend nichts gebracht. Hehe. So, oranges Werkzeug wäre gleich zu legen. Wir sind mittlerweile besser dran. Ja. Okay, besser nimmst du damit. Mhm. Dann wollen glaube ich da noch Leichen. So. Wohin das Wegs? Ich baue die dann ab. Da ist noch eine Leiche. Ja. Und da mal den Müll da mal. Da kommt da mal vorläufig was rein. Das ist eine gute Idee. Ja. Schöne Konstruktion gefunden. Warte, ich zerleg einiges. So. Konstruktion. Und dann selbst. Damit das trägt. War dann mein Gedanke, dass man da mit diesen Baustahlträgern praktisch Überlager konstruieren, wo dann die ganze Betonplatte draufliegt. Mhm. Ja. Bis jetzt hält das. Also man sieht. Ich hab dann dauernd Vorsprung gemacht, weil man dachte, da kann sie sich auch noch mal abstützen. Ich hoffe es bleibt so, weil es soll ja noch ein Geschoss drauf kommen. Das wird aber dann mit leichterem Material verarbeitet. So. Wo düsen wir hin? Ja, ja. Da. Warte was. Fuck. Wow. Genau ums Eck rum. Ich hasse euch. Schreck mich. Aber genau ums Eck. So. Da kommen wieder welche. Entschuldigung. Nix passiert. Mal schauen, ob ich das auch kann. Hinter dir oder seitlich. Ah. Hab sie. Ich bin infiziert und ich... Ja, ich bin infiziert. Klassisch. Ich bleib doch mal bei den Schusswaffen. Okay. Achtung. Ja. Infektion. Vielleicht finden wir Antibiotika. Wir haben drücken genug. Wir haben drücken genug. Wir haben drücken genug. Hm. Miese Göhre. Und wir sind ja nicht mehr weit weg vom Chemie Tisch. Ja. Können wir das auch schon selbst erstellen. So, ich räume noch einmal raus da bei der Mülltonne. Ich würde gerne in das Gebäude rein gehen. Ich würde gerne in das Gebäude rein gehen. Ich... 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 Bitte um Entschuldigung, wenn das Bild immer wackelt. Wenn es mich erschreckt. Aber ich habe meine rechte Hand zu nah am Mikro liegen. Und dann... Und dann... Und die Maus... Ja. Gut. So. Ich komme ja auch schon. Ich komme ja auch schon. Ich komme ja auch schon. Okay. Leise bitte. Wir haben da gleich beim Eingang schlafen, wenn der Zunge ist. So. Der ist einmal erledigt. Okay. Dann das Knochenmesser, haben wir gesagt. Schmeißen wir raus. Hups. Und weg. Gut. Na dann schauen wir mal. Ich bewege mich da einmal schleichend drinnen im Erdgeschoss. Ja. Da sitzt wieder einer. Nimmst du den gleich? Ich bin noch her außen. Erledigt. Na. So. Spider. Äh. Ich hasse Spider. Kann ich reinkommen? Ja, du kannst doch mal in die Empfangshalle. Kannst schon mal rein. Am besten schleichen. Ich werde aber einen Block reinsetzen, gell. Dass du keinen lernen magst. Ja, da die Ledercouch kannst du schon abbauen. Hm. Ich schaue jetzt gleich da beim Empfang. Aha. Wo geht die Tür hin? Genug Glieder ist eine Freude. Genug Glieder ist eine Freude. So, dann schauen wir da mal. Ich habe jetzt natürlich nicht meinen Helm dabei. Mining Helm dabei. Auch keine Fackel. Fuck. Okay, da ist das Schott leer aus. Wir haben ja so ein Gebäude schon mal als Basis auserkoren gehabt. Ah, da ist ein Wartepierer. Ist das cool gemacht? Hm. Geil. Ehrlich. Da ist ein kleiner Wandsafe. Willst du den öffnen oder soll ich das machen? So. Ähm. Die linke Seite habe ich schon durchsucht. Da ist alles leer. Wandsafe kannst du machen. Warte vielleicht noch kurz, bis ich da ein Raum habe. Okay. Oh, da drinnen ist einer. Okay. Dann säubere ich mal den Wartebereich. Ja. Und kümmere mich dann um den Wanzen. Also vom Eingang der ganze linke Bereich ist sauber. So, dann schaue ich nur rechts, weil da ist auch eine Doppeltür. Okay, die sind beide versperrt. Äh, die Tür, bei der Tür warst du drin vom Wartebereich weg? Ja. Okay, das sind auch lauter Wandsafe. Wie schön ist das denn? Bin ich? Ah, das da dürfte Gerichtssaal, oder was soll das sein? Nehmen wir mal an. Gerichtsverhandlung. Ja, da, doch. Wird das für die Geschworenen. Okay. Okay. Okay, da ist auch alles leer auf der rechten Seite. Da geht nur die Tür weg. Da schauen wir auch noch rein. Zwei Tür. Da ist auch ein Safe. Oh, Kacke. Da geht's eigentlich ins Freie. GUNSAFE. Zwei. Ah, wir können's reparieren. Passt. Zwei riesige GUNSAFes. So. Das machen wir gemeinsam, weil ich kann nicht alles tragen. Das dürfte das Richterzimmer sein. Oder Besprechungszimmer. Okay. Auch kein Zombie passt. Ganze rechte Seite ist auch clean. Okay. So, hört mir mal die... Dann mach ich den Treppenaufgang. Okay. Dann... Dass wir mal Zombie-frei sind. Ja. Mmmh, Klo. Lecker. Ah, geht. So, wir wollen's auch schön haben. Da ist nichts dran. Oh, da liegt der Zombie. Okay. Ähm. Hm. Das werden wir von der anderen Seite versuchen. Ah, unten bitte keine Geräusche. Also, keine Lauten. Da noch einer. Okay. Erledigt. Also, ich hoffe. Ja. Da ist ein Loch. Finde ich total ungucker. Oh, oh. Das ist, glaube ich, ein... Schwergewicht. Jo. Okay. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Jo. Gut. So. Dann wird das gescrappt. Das wird gescrappt. Jo. Das kann man scrapen. Okay, da drinnen ist auch noch einer. Das kann man scrapen. Die kann man alle scrapen. Oje. Den habe ich leider nicht. Ich habe aber versucht, ganz leise zu sein. Nein, nein. Der Schaden hat nicht ausgerichtet. Einflöse. Okay. Ding dong. Schauen wir mal. Kann man das abbauen? Ja. Stirb doch. Das gibt es ja nicht. Du Ratte. Ich bin sowieso schon infiziert. Ich sehe das relativ locker. So. Was kann ich noch zerlegen? Das interessiert mich wenig. Das interessiert mich auch wenig. Jetzt ist er erledigt. So. Ja. Zentrale Bereiche oben ist auch sauber. Ja, du. Ich bin da am Werken. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich da reinkomme am besten. Das ist eine Zellentür. Versperrte. Ich glaube, ich werde mich da durch das Mauerwerk da arbeiten. Das geht schneller. Hm. Hm. Da ist er auch wieder gegangen. Safe. So. Scrappen. Sehr schön. Da sind lauter ganz... Ich habe die Saves noch nicht aufgemacht. Die machen wir separat. Jetzt wird der ganz safe. So, kann ich irgendwas zerlegen? Ja, das kann ich scrappen. Das kann ich scrappen. Ich kann. Nix mehr scrappen. Nix mehr scrappen. So, schauen wir mal was da drin ist. Nix. Das ist praktisch ausnahmsweise. Okay, und mir wird kalt. Weniger knusprig. Ach, ich habe die Range nicht mitgenommen. Ich habe sie. Okay, dann lasse ich die Scheibtisch-Sessel stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob man dann etwas rauskriegt. Ach so. Leder und Holz kriegst du, wenn du es zulegst daraus. Ah, okay. Mhm. So. Mhm. Weil dann kann ich... Das stimmt. Hoppala. Na. Sehr ausziehen. Ist mir nicht so gut. Passt perfekt. Gut. Mhm. Sehr dunkel, sehr dunkel. Ähm, die Bildschirme lasse an der Wand, wenn du hier anschaust. Ja. Und da kriegst du garantiert mehr was. Ich nicht mehr alles nehmen kann. Bilder zerteppern, ne? Ja, bitte. Die werden uns... einfach eingeschmolzen. Was? Uh. Mhm. Ja. So, das können wir zerlegen. Das können wir zerlegen. Mhm. Ich hab da Sachen, die kann ich nicht mehr nehmen. Okay. Ich bin unten. Ich bin einfach unten. Okay, das sind nur mehr die Affenschränke. Die wirst du nur stehen lassen. Ja. Ich kann nämlich gar nichts mehr nehmen. Okay. Hast du nichts zum Essen? Packst du was? Äh, ich kann das auch nicht mehr nehmen. Essen, essen, essen. Wo bist du? Ich bin da hier oben. Ich baue da gerade noch einen letzten... Aber ich kann jederzeit runterkommen. Ja, dann komm doch bitte mal retour. Wir sollten sowieso weg... Äh, ins Home Sweet Home gehen. Nämlich in das andere. Da ist sie. Äh, weil ich... Jaja, du brauchst Antibiotika. So ist es. Ja, dann lauf mal. Lauf mal einfach. Magst du dazu? Mhm. Achtung. Nein. Pölzern. Ich dachte jetzt im Augenwinkel eine Kreischerin, aber das waren nur die Müllsäcke. Sehr hoch sind sie mir so. Das sieht ja Paranoia. Mhm. So, ich werde aber trotzdem den Blutkleid wieder in die Mülltonne legen und den Schleppen nicht mit rüber. So. Ich lauf trotzdem. Ich bin... Wo bin ich eigentlich? Ah ja, falsche Richtung. Na. Streherin. Mhm. Ich kann nicht stehen bleiben. So. Was machen wir am nächsten Tag? Lupen? Einfach lupen am ganzen Tag. Den ganzen Tag ausräumen. Hat die... Hast du die schreien gehört? Nee. Ja, die sind neidisch auf unsere Gebäude. Hm. So. Och. Dicker. Höh. So. Ich bin gleich wieder da. Du bist so. Oh. Wie. Wie ist denn so? Wie ist denn so? So, ich werde hier eine Mischmaschine anwerfen für Dünger. Achso, da fehlt uns ja der Potasium, gell? So, Antibiotika, Antibiotika, ist hier. Nein. Was dann? So, jetzt der Scherz, der Statschule. Oh, du, 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 du. Moment. Ja. Ah. Sehr schön. Gute an. Dass man sieht, wird einmal eine Schlaganimation von dem Zombie übertroffen, oder nicht? Klingt jetzt fürs Erste nicht gut. Bleibst du drüben, oder kommst du drüber? Oh, jetzt bin ich voll. Ich glaube, ich werde hier drüben bleiben. Alles klar. Hm. So. Ja. Hier. So, wo ist mein... da ist das Werkzeug. Das ist nicht meins. Die Klinge können wir auch wegschmelzen, die brauchen wir nicht mehr. Ich werde zum Einschmelzen das ganze Zeug mit drüber nehmen, gell? Ja. Was an Lead und Press und das ganze. Ist, glaube ich, geschickt da. So. Ja. Das war's wieder. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und das Gebäude gefällt euch. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder Verbesserungsvorschläge, dann lasst es da in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns am Tag 16. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.